Hallihallo Hallöde, willkommen zurück zu Skyrim. Weiter geht's. Ich habe glaube ich den Weg jetzt gefunden, ich bin mir hier nicht ganz sicher. Und zwar auf dem, wir sind ja einmal den Wasserfall, genau, ich muss sagen wo ich jetzt bin. Okay, ich bin gerade nicht gerade sehr gut, ich weiß. Kann man nicht umgebungskarte? Ach, kann man, guck mal, umgebungskarte. Wir sind hier, hier glaube ich, der Wasserfall, irgendwo hier oben, irgendwo der Wasserfall, den hochgehen, immer weiter, so ein paar Stufen sind da, die kann man da sehen, ab dem Weg da lang folgen, bei einem Bergvorhang vorbei und fertig. Ich habe auch hier vorne, was glaube ich, hier irgendwo oder da, weiß ich mehr so genau, auf mich habe ich einen Sockel gefunden, den kann ich nicht aktivieren, nichts mitmachen. Das ist ein Glanzstück Sockel. Ich habe mal nachgeschaut, wenn man den Frostriesen besiegt, den wir dann auch schon mal gefunden haben, der lässt ein Gegenstand fallen, so ein Kristall. Den kann man am Glanzstück Sockel benutzen, da kommt man in eine Höhle mit Fallmäher rein, was viele Fallmäher, sollen Gegenstände sein, wahrscheinlich auch gute Gegenstände, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das werden wir wahrscheinlich schon später, aber machen. Ich will jetzt mal jetzt hier den Krug fällig machen. Also müssen wir festhalten, dass man gegebenenfalls hier noch mal hinkommt. Es sinkt, glaube ich, 5 oder 6 Ristale gibt es, überall verstreut. Ich habe auch mit der Erweiterung Dorn, Gart, glaube ich, Ballast, kam die mit rein. Wo ist denn jetzt hier der... Schon einer vorbeigelaufen. Von da hinten komme ich, von da. Ich kann ja wohl kurz ein Stück zurückgehen. Hier ist der Weg. Wie gesagt, hier ganz oben. Da müssen wir uns dann mal im Auge behalten, dass wir das gegebenenfalls noch später machen. Da war es schon sehr, sehr stark. Ich will ja auch nicht wieder 20 Versuche auf ihn machen, bis ich es vielleicht irgendwann mal geschafft habe, besicht habe. Okay, ich bin hier unten, war aber gerade noch hier oben. Ich bin hier wieder zurück. Wo komme ich jetzt her? Ach, wie ist denn der Wasserfall? Von da drüben. Einfach hier rüber laufen. Kommt er auch hier hoch. Suche mal, erstmal jetzt den fünften Krug. Das ist wie gesagt, äh, Wasserfall, ganz oben, da war man einmal ja gewesen, den letzten Förder, glaube ich, äh, war man da gewesen. Hier müssen wir hoch, ab dem Weg hier hoch folgen. Ich habe mich lange gesucht, um das hier zu finden, ne? Lange gesucht, zurückgelaufen, da, ödame mal hingeportet, dahin geportet. Es soll wohl hier in diesem Tal hier sein, der Weg. Da wird jedenfalls hier gefunden, da ist halt eine Brücke, da war man nicht. Da gehen wir mal rüber. Das ist der einzige Weg, den ich jetzt so wüsste, nicht gefunden habe, wo was sein könnte. Wir dürfen mal, dass es hier ist, die Frostrisi, wie gesagt, müssen wir es später machen. Äh, wenn ich mal gucken, Schwägerrüstung, wo ist sie? Ein Teilen haben wir auch noch. Äh, ich bin in Aktie schon Schwägerrüstung. Okay, äh, mal gucken, was ist da? Okay, mach mal das. So. Sehr schön. Verlangt sind uns nicht mehr. Äh, da waren wir schon. Niri, nein, einmal im Kreis gelaufen, nein. Äh, war doch falscher Weg. Ohne dann zurück. Oh ja, sind wir auch wieder, wieder schneller. Da unten lang, ey. Ich dachte, der hier ist nur nicht den Weg gefunden, nein, aber wir haben im Kreis gelaufen. Äh. Es müsste irgendwo hier einen richtigen Weg geben, das aber auf alle Fälle. Ich dachte, der hier ist jetzt den Weg gefunden. Äh, Mist, 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 Mist. Hä? Ach, da oben. Äh, da noch eine Brücke. Guck einen an, muss man nochmal hoch. Äh, wahrscheinlich hier drüben. Da war man auch noch nicht gewesen. Fallmehr, komm mal rein. Ist hier eine Truhe vielleicht? Ja. Ist der Weg? Auch nicht. Ist gar nichts. Okay. Da ist nix. Da kann ich noch nicht mal mit. Kann man Lederstreifen draus machen. Trank, 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 Seelenstein, kleine Perle, eine Perle, Fuchspilz. So, nehmen wir auch mit. Hm? Ach, die können wir behalten. Die Baffen taugen meistens, die sind zu schwer und sind zu wenig wert. Äh, wie komme ich jetzt jetzt so hoch? Die Brücke? Nee, da waren wir ja gar nicht. Ach, da ist ein Weg. Kann man immer sehr schlecht sehen, die Wege. Hier ist ein Weg. Hier geht's so. So, was ist hier? Nein, ich bin hier. Ich komme ja schon. Oh Gott. Dräng dich nicht so. Jo, nimm alles mit. Die Truhe. Dietrich. Immer gut. Kann man immer gebrauchen. Alle mich vorher die falsche Richtung gelaufen. Äh, genau. Jetzt müssen wir mich hier hoch. Ich hab den richtigen Weg gefunden. Wenn ihr bei Niri Gold seid. Bei dem... ...Portalzentrum da. Jetzt haben wir den Weg gefunden. War nicht ganz so einfach zu finden, muss man sagen. Tag. Bleibst du hier? Jetzt kannst du nicht zu fallen. Und tschüss. Alles gut, kommt von oben. Von oben? Was will ich hier niemanden nennen? Nee, das ist wohl oben. Auf der Brücke da, ne? Genau, auf der Brücke. Auf der Brücke. Auf der Brücke. Jetzt ist ein Kleinfahrer mehr. Oh, haben wir den Weg gefunden. Wie gesagt, diese Frostriesen machen wir dann später. Wenn ich ihn nicht vergesse. Das war das mit dem, äh... ...Portal da machen. Oh, mein Gott. Es geht hoch hinaus. Was mich spätzt man hier ab. Die Reihen ist auch nicht mehr da. Warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin jetzt hier wieder runter. Ja, ich bin ja schon. Dräng mich nicht. Hier war verkehrt, ne? Hier war man einfach noch. Nicht, nee, war man nicht. Das ist jetzt, das komme ich nicht. Äh, ja. Lassen wir. Da geht's wieder eine Truhe, ne? Beide übrig Gold. Dann holen wir alles mit. Ein Fall mehr. Äh, okay. Was macht der da? Hutt er sich aus? Äh, noch ein Frostriesen. Nein, äh, 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 ich will ja raus. Mein Gott. Ich speichere mal. Guck mal, ob ich ihn jetzt vielleicht schaffen. Gold, Rehn hat schon wieder zählt. Da ist einer. Das ist ein Raktglanzstück. das muss man haben in einem Portal, also in so eine Vorrichtung benutzen, kommt man rein in so eine so eine Höhle aber nochmal wieder nach später oder vielleicht noch gleich drucken wenn man hier rausgehen, können wir da nochmal ein bisschen, wenn man nochmal Finder noch mal hingehen Charusjäger Eier können wir mitnehmen, Fühler auch Schnitter Nein, 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 nein Ui Ja, ist knapp, aber hat geklappt Achso Bevor wir hier ganz rausgehen aus dem ganzen Portal hier Können wir da vielleicht nochmal hingehen wenn ich ihn finde und dann gehen wir mal rein ins Portal Gucken, ob wir nochmal einen finden gibt wie gesagt fünf oder sechs Stück gibt es davon insgesamt äh ach guck einer sagt ja, Serana, der ist ja wieder ich hoffe, wenn man den Weg ist, ist hier richtig hoffe ich ja mal endlich woher seid ihr gekommen da, wo du nicht bist da, wo du nicht bist das ist einfach mal gucken, ach da nein, da mein Gott äh Objekte Bücher lalalala ach da Bügelgriff so auch gleich benutzt Trollschäden Trollschäden wollen wir nicht äh den hat hier ist gerade Pleck gemacht wie noch gesehen Golds Geberschwanz Pfeile Pfeile Hundefleisch ne Perle kann ich nehmen und jetzt wir finden, da kommen wir doch was ist hier zahlbriefe ne ich will bricht auch nicht es muss zum heilen aber total unnütz total unnütz äh nein 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 wo sind wir denn jetzt eigentlich im Auto auf der Karte ach du kacke immer noch weit entfernt ich bin ein bisschen verwirrt war man es hier schon nein ich glaube nicht eigentlich ja hier lang aber es ist kein richtiger Weg ist wahrscheinlich hier lang hier geht es nur noch höher wir sind hier oben sehr komplizierter Weg sehr kompliziert Ruhe Gold Heilung hier waren wir auf alle Fälle noch nicht so boah da haben wir was gemacht ey heidewitzke wo ist der Weg wahrscheinlich hier hinten lang aber hier ist doch nichts um sie wieder hier runter das könnte richtig sein könnte ja keine Ahnung das ist auf alle Fälle sehr kompliziert zu finden den Weg ich meine die ersten Krüge da äh die Wasserbecken finden war gar kein Thema ging ja aber jetzt äh ist noch eine Brücke aber Pfeile größer nur nicht richtig und nochmal zwei Gegner tschüss Prozent Prozent 5 Weg Gold mitnehmen richtig gläscherspalte mein gott das war ein weg wir sind noch nicht am ziel das noch nicht ich möchte gerne schaffen ja ein freundes reingegangen hier speichern sicher sicher bevor wir sterben also mal laufen müssen ist nicht schön das haut da ein einfach ab ein rauch abgehauen verschwimmen wichtig ist es auch nicht vielleicht nicht mal hochkommen nie hochkommen nicht ein gut bekommen sie herum springen oder wird ach so ich dachte schon die stabilste konstruktion ich bin ja 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 73 nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht man sollte aber schon bessere sachen haben eigentlich eigentlich mit 11 gewicht 1 wer tun erzählen wenn man jetzt ein bisschen kann man mitnehmen dass wir nichts hier weiter sind wir bald da sind wir bald da mein gott ist echt ein weg meine fritzen der ist verdammt lang der weg verdammt lang sehr merkwürdig wir befinden uns aber scheinbar auf dem richtigen Weg soll jetzt kein zweifel von schüttel der schöner Soppe Achterbahn wir sind auch viele fallen mehr verdammt viele verdammt langer Weg ich muss mal rein davon mal in zehn folgen sind wir am ziel da ist nix hier gucken was da hinten ist nicht runterfallen nicht runterfallen eigentlich nach unten gucken nicht nach unten gucken jetzt auch noch weiter achten nein das wollen wir nicht nehmen wir nicht mit da hat nichts schönes Quicksilber brauchen wir nicht hier ist nix weiter hier ist auch noch weiter hier geht's auch noch weiter hier geht's nil hin der Falle da ist eine Falle aber egal egal ich bin zur Postbote ich bin zur Postbote äh 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 was macht der da von Mist oh beinah hier bin ich Kuckuck komm 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 gut okay komm das wird euch eine leere sein ja mein preis gelaufen ist keine ahnung immer hier runter was erst gar nix ich glaube ja noch einmal im kreis gelaufen ja nicht auch nicht wie ich auch zu viel noch eine truhe alles mitnehmen weil ich folge wird ein bisschen länger werde ich will jetzt hier endlich fällig werden hier mit deswegen mit ihm wieder ein bisschen länger wenn den weg schon irgendwann irgendwie finden hoffe ich mal noch ein tor stein also was habe ich nie erlebt nach einem rpg oder immer ein sehr 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 langer komplizierter weg kommen wir nicht weiter jetzt hier ich weiß die folge schimmer sehr sehr lang aber ich möchte endlich ein ende kommen das das was sie sich hierbei nur gedacht haben die entwicklung aber ich weiß es hier nicht wer ist da es wird eine mehrere sein sooo wer ist da sooo rana wir stört mich runter dann haue ich dich aber sie werden beschwert mal es irritiert auch ein total weil ich zumindest denke mir ist noch noch ein gegner sooo sooo leider wird sehr lange werden die folge endlich zum ende kommen hier ja wo geht es jetzt hin vergessen ist zahlt schon wieder hä okay ich bin gespannt wie wir folgen das noch werden naja ok leute dann sehen wir uns die nächsten folge von skyrim bis dahin schön m 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